Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, sechster und bester Teil, ich habe ein wenig herum experimentiert, ich hoffe, das Video wird auch etwas, weil ich sehe, dass das Format jetzt ein anderes ist. Ich habe eine schwächere Auflösung genommen, das heißt, es sollte jetzt für dich halber Download sein, also das heißt, was mir die Sabine schon vor längerer Zeit gesagt hat, mach was beim Download, dass eben die Leute weniger Volumen, Datenvolumen verlieren. Ich hoffe, das funktioniert, für mich auch eine neue Erfahrung, weil das Format schaut jetzt komplett anders aus, aber egal, probieren wir, vielleicht funktioniert es ja doch, wenn nicht, dann bitte gleich in den Kommentaren rückmelden, weil ich sehe nicht, wie das jetzt werden wird, es schaut nur anders aus, das Format. So, worüber wollte ich jetzt reden? Noch ein paar wenige Worte zum Horoskop. Wir sehen hier an der Quadratur zwischen Merkur und Neptun, dass das mit den Krankheitsmaßnahmen nicht mehr so richtig läuft. Also hier schlägt sich, hier schlagen sich die Krankheitsmaßnahmen mit den Stazipaten, auch wenn sie noch so mächtig sind, derzeit noch für ein paar Wochen. Und wir sehen auch hier den Kampf zwischen der Bevölkerung, Jupiter und interessanterweise Mond für den eingeschlossenen Krebs im zehnten Haus. Also das heißt, starrt sich runter gegen Bevölkerung, aber weil der Mond auch für die Bevölkerung steht, innerhalb der Bevölkerung starke Spannungen haben wir auch schon besprochen, hatten wir auch schon öfters. Wir haben hier den Jupiter einerseits hier im Schützen und gleichzeitig ist der Steinbock im vierten Haus eingeschlossen. Das Saturn steht also auch für die Bevölkerung, für Teile der Bevölkerung und auch hier können wir über die Halbsumme, über das Nichtzustandekommen sehen, dass es hier in der Bevölkerung leider zwei große Gruppen gibt. Die Intelligenten, Saturn und sozusagen die eingeschränkt Intelligenten mit Jupiter. Wie gesagt, diese Geschichte wurde meines Erachtens von langer Hand vorbereitet. Jetzt einmal kurz zu den Resultaten. Ja, also der Neustart, der Neustart nach der Krise, es geht jetzt wieder bergauf, Volksgenossen. Jetzt kommt der Aufschwung, es geht wieder bergauf, positive Bilanz. Also, ja, es ist schon weh, es ist ein Wahnsinn, die Wochenschau, die Wochenschau überschlägt sich und was können wir hier lesen? Naja, also hier bekommen wir eine komplett andere Botschaft präsentiert. Da hat es was, da stimmt irgendetwas nicht. Ich möchte nur mal ganz kurz aus dem Jahre 2016 eine Schlagzeile erinnern. Ja, das blaue Erdbeben, das war vor fünf Jahren, ja, da waren die Blauen noch sehr weit vorne. Es hat sich aber mittlerweile dank medialer Arbeit sehr, sehr viel getan. Und ich will euch nur ein paar Cartoons zeigen. Aus der Prafter, aus der alten Prafter, ja, sozusagen die Volksstimme für die Volksgenossen. Oh, hier ist nur die Wahrheit zu erfahren und hier hat man uns schon gezeigt, sozusagen einer von den dreien wurde schon entfernt mit dem Goldketterl und Ibiza um den Hals. Ja, vor ein paar Wochen hat man uns dann folgendes, das ist alles sozusagen Framing. Man möchte uns hier was zeigen, acht Milliarden. Ich habe in einem Video gezeigt, dass das nicht möglich sein kann, ja. Hier ein schwer übergewichtiger Satansfonsüchtiger, der sozusagen auf einem Müllberg sitzt. Spannende Botschaft. Naja, was auch immer. Unsere Lieblingszeitung, die Prafter fährt dann fort. Ja, die Blauen sind immer im Fokus, sozusagen. Die bösen Verschwörungstheoretiker wurden lustig gemacht. Und vor zwei Wochen konnten wir noch das sehen. Denn Dr. Dagmar Berlakowitsch wird auch sozusagen als Verschwörungstheoretikerin dargestellt. Sie hat eben nur die Grundrechte der Staatsbürger verteidigen wollen. Vorige Woche auf einmal der Paradigmenwechsel. Prag hat uns alle sehr überrascht. Eine Barbie-Puppe mit Furzinger-Spaß-D-Outfit. Links Flügel mit Sandalen und rechts das neue Outfit. Strefflingskluft mit Eisenkugel und seinem Lieblingsspielzeug, womit er rund um die Uhr im Parlament herumtippt. Und so, bitte jetzt festhalten, jetzt kommt's, ja. Das konnten wir gestern sehen. Das konnten wir gestern sehen. Ein Alkogler, der sozusagen aufräumt. Oh, und was sehen wir hier? Was sehen wir hier? Kurz muss weg. Interessant. Das ist in der gestrigen Prafter gestanden. Hier steht ja. Al-Pen-Prafter. Auch Volksstimme genannt. Sehr spannend, was sich hier im medialen Blätterwald tut. Weil für uns ist diese Zahl ausschlaggebend hier schon 5 Millionen. Also das heißt, er hat seine Schuldigkeit getan. Man ist seiner überdrüssig. Und so wird gearbeitet. Gut, ich möchte noch kurz, habe ich auch so nebenbei, weil ich schaue immer so durch in der Vergangenheit, was da war. Ja, das war vom 9.9.2020. Die größte kritische Internetseite Hartgeld.com in Österreich, also im deutschen Sprachraum, wurde geschlossen, weil hier Kritik geübt wurde. Hier steht's ja noch, ja. Hartgeld.com wurde geschlossen. Gut, ich gebe zu, ich habe ihm öfters Mails geschrieben und habe gesagt, er solle sich in seiner Ausdrucksweise doch ein wenig zügeln oder einbremsen, hat er nicht getan. Aber deswegen als Journalist in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher gesperrt zu werden. Ja, also das geschieht allen Volksgenossen, die sich nicht an die vorgegebene Meinung halten. Freundschaft. Weiter zum siebten und vielleicht noch besseren Teil. Ende.